Neue Stars werden im Fußball ständig geboren, doch die wenigsten werden wirklich zur Legende. Und gleich eine ganze Elf davon, hat in diesem Jahr seine Karriere beendet bzw. ihr Karriereende verkündet. Bild stellt sie ein letztes Mal auf. Vereine, FC Bayern, VfB Stuttgart. Länderspiele, 113, 5 Tore, für Deutschland. Größte Erfolge, Weltmeister 2014, Champions League Sieger 2013, 8 deutsche Meisterschaften, 6 DFB-Pokalsiege. Spruch, man weiß ja, dass sich die Südamerikaner sehr temperamentvoll und impulsiv verhalten. Ich hoffe, dass wir am Samstag erleben, wie Argentinien mit der Niederlage umgeht. Vereine, FC Sao Paulo, AC Mailand, Real Madrid. Länderspiele, 92, 29 Tore, für Brasilien. Größte Erfolge, Weltmeister 2002, Champions League Sieger 2007, Weltfußballer 2007, 2 X-Konft-Cup Sieger. Fakt, bei einem Badeunfall im Jahr 2000, zog sich Kaka einen Wirbelbruch zu, ihm drohte das Karriereende. Zwei Jahre später wurde er Weltmeister. Vereine, Inter Mailand, AC Milan, Juventus Turin. Länderspiele, 116, 13, für Italien. Größte Erfolge, Weltmeister 2006, Champions League Sieger 2003 und 2007, 6 italienische Meistertitel. Spruch, Teil eines Teams zu sein, das allen gehört, gibt mir ein gutes Gefühl und lässt mich Frieden mit mir schließen. Meistens ist es besser als Sex, es dauert länger und wenn alles den Bach runter geht, kann es nicht nur dein Fehler sein. Vereine, AS Rom Länderspiele, 59, 9 Tore, für Italien. Größte Erfolge, Weltmeister 2006, italienischer Meister 2001, 2 X italienischer Pokalsieger. Fakt, Mama Fiorella lehnte einst ein sattes Angebot vom AC Milan für ihren Sohn Francesco ab. Sie entschied, mein Sohn geht nur zu Roma. Dort blieb er 25 Jahre. Vereine, FC Bayern, Real Madrid, FC Liverpool, Real Sokidat. Länderspiele, 114 Länderspiele, 16 Tore, für Spanien. Größte Erfolge, Weltmeister 2010, Europameister 2008 und 2012, Champions League Sieger 2005 und 2014. Plan, nach 17 Jahren im Profifußball ist mein nächster Schritt beschlossen, ich werde Trainer. Vereine, FC Chelsea, Manchester City. Länderspiele, 106, 29 Tore, für England. Größte Erfolge, Champions League Sieger 2012, Europa League Sieger 2013, 3 X englischer Meister. Fakt, Lampard spielt aktuell in der britischen TV Games H.O.P.L.A.Y. Tote Wistle mit. Vereine, FC Bayern, Real Madrid, Bayern Leverkusen, HSV. Länderspiele, 84, 6, für Brasilien. Größte Erfolge, Champions League Sieger 1998, 2 X Copa America Sieger, 4 X Deutscher Meister, 4 X DFB Pokalsieger. Fakt, spielte noch mit 43 Jahren. Warum er jetzt Schluss machte. Z. Roberto, den Jungspunden 90 Minuten lang hinterher zu rennen, ist nicht einfach. Vereine, FC Arsenal, Borussia Dortmund, Sparta Prag. Länderspiele, 105, 23 Tore, für Tschechien. Größte Erfolge, Deutscher Meister 2002, 2 X englischer Pokalsieger, EM-Halbfinale 2004. Fakt, Schnitzel Rosicki ist sowohl der älteste als auch der jüngste Spieler, der für Tschechien je bei einer EM auflief. Vereine, FC Liverpool, Fenerbahis Istanbul, für Nordrotterdam. Länderspiele, 105, 24 Tore, für Holland. Größte Erfolge, holländischer und türkischer Meister, englischer Liga Pokalsieger, WM 4. 2014. Spruch, heute hat man wieder mal gesehen, dass Jungs, die nicht Fußball spielen können, einem trotzdem das Spiel verderben können, nach Hollands 2 zu 2 gegen Deutschland, nach 2 zu 0, Führung 2005.